So, und auch von mir jetzt herzlich willkommen zu VARO. Und das ist ja das angekündigte Projekt und bei mir ist der Speedfighter, das ist mein Teamkollege. Ich hoffe, man kann ihn hören und da läuft ein Schwein über uns drüber. Also ich hoffe, man kann ihn gut hören. Ja, man kann mich hören, denke ich. Müsste gehen. Wir werden es so machen, immer 15 Minuten so aufnehmen. Also ich mache immer ein bisschen weniger, weil, ja, ich kann keine 15 Minuten Videos hochladen. Deswegen mache ich ein bisschen weniger zur Sicherheit halt. Achtung, zieht los. Okay. 4, 3, 2, 1, geht los, geht los, geht los. Fuck. Hol dir alles aus der Kiste und verpiss dich. Ja, alles rausholen. Okay, einfach weg. Weg hier, nach hinten, lauf nach hinten. Oder nach vorne, ja, genau. Okay, los, komm, wir gehen in die Mitte rein. Einfach in die Mitte. Ja, krass, kacke. Alles mitnehmen einfach. Ja. Boah, ich bin zu dumm, um die Kiste zu looten. Komm mit, folg mir, folg mir. Ich hole hier noch ein bisschen Karotten und so mit. Folg mir einfach. Okay, ich habe noch kurz was mitgeholt. Ich komme. Ich folge dir, hoffe ich. Du bist schon ein bisschen weit weg von mir, gell? Ja. Aber ich habe eine Spitzhacke, ich habe eine Steinspitzhacke und ein Holzschwert. Ja, ich lock die gerade vom Weizen weg. Also, die wollten sich Weizen holen, aber ich mache mir das jetzt. Ich töte dir noch die... Ich töte die Schweine. Wo bist du? Ah, da hinten, hier ist sie. Ja, hinter denen, siehst du mich? Ja, ja, ich hole, hier ist noch Zuckerrohr. Ich hole es noch mit. Ich versuche an dich ranzukommen, ein bisschen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg von dir gerade. Ich sehe dich. Gehen die ins Wasser? Ja. Ja. Komm, komm, verweil dich. Ja, ich bin da. Wir können ihn flankieren. Warte, ich gehe raus, ich gehe raus. Hilf mir, hilf mir. Ja, ich gehe aus dem Wasser raus, ja. Ja, schubst ihn rein, schubst ihn rein, behalte ich. Er ist down, er ist down. Wir haben ihn, wir haben ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, also gut gemacht. Ja, nice, okay. Einer ist down. Also. Die Sachen einsam. Einer ist down, er ist down. Ich glaube, ich bin ein bisschen übersteuert gerade, aber scheiß drauf. Nee, alter, mein Herz pocht gerade übel, alter, ich weiß nicht warum. War das engst meins, alter? Alter. Ich habe den ja die ganze Zeit rasiert. Ja, ich habe ihm nur gerade den letzten Hit gegeben. Wer war das jetzt, wen haben wir jetzt getötet? Crazy. Ah, tut mir leid auf jeden Fall, aber das ist das Game. Aber wir sind auf jeden Fall 20 Leute hier noch. Und wir werden machen so immer Einzelaufnahmen, sage ich mal so. Also halt immer so Gruppenaufnahmen, wo halt ein paar Gruppen dabei sind. Und ja. Alter, sorry Leute, wenn ich übersteuert bin und so laut war, aber ey, das ist Varo, Leute. Alter, alter. Bleib da, bleib da. Ja. Wir haben uns da unten, wir graben uns da unten. Hier einfach da unten graben, wollen wir Holz mitnehmen, Holz, hol Holz mit. Hol du gerade Holz. Pass auf, dass bei mir keiner ist. Ich will Holz. Warte, ich mache meinen Ton mal noch. Ganz laut, krass. Ich brauche noch eine Kuh, denk dran. Ja, ja, ich weiß. Alter, mein Herz braucht gerade so, weil ich die beiden halt verfolgt habe. Ja, einer, also ein Team ist schon mal zerstört. Sagen wir es mal so. Ja, weil... Bist du noch hinter mir? Ja. Bist du bei mir? Ich bin ein bisschen weiter weg, ich suche gerade Dings. Was? Eine Kuh. Ach, eine Kuh. Ich habe noch ein bisschen Essen, habe ich auf jeden Fall. Hast du Leder? Ne, ich glaube nicht. Komm, wir gehen zurück in die Mitte, komm, wir gehen in die Mitte, komm, wir gehen in die Mitte. Warte, warte. Ne, ich habe keinen Leder. Ich habe keinen Leder. Ach, du böse. Also Schlucht, ja. Oh, ich habe ein Skelett gehört. Ja, folgt mir, folgt mir einfach, folgt mich. Ich habe das auch gehört. Ja. Brauchst du Essen? Scheiß mal drauf. Okay. Ich habe... Oh, GD, Kevin. Danke. Ja, jetzt ist es wieder entspannter, Leute. Und viele Leute denken ja, dass ich krank bin, denke, okay. Aber ich bin nicht so gut, wie die Leute sagen, also zu meinem Vorfeld. Also, ich habe gerade eine... Also, Freezy schreibt mir gerade, dass ich nicht besser bin, als der Host hier, der das mit mir hostet. Weil, aber... Du wolltest ja, dass wir auf den drauf gehen. Und ich habe ihm dann halt noch den letzten Hit gerade gegeben. Und ich habe jetzt nicht alle getötet. So ist es ja nicht. Also, aber es tut mir wirklich leid, Freezy. Also, wenn du das hier siehst, dann wirklich. Aber es tut mir echt leid. Aber, ja. Ja, wir holen einfach hier alles raus. Und, Leute, ich wollte noch sagen, ich finde es cool, dass ich in so einem Projekt mitwirken darf. Hast du das knallig gekranken gehört? Ja. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, oh. Boost mich, boost mich, komm. Warte. Boost mich nochmal. Ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg gerade. Oh, lag kurz. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn gleich. Ja, ich habe ihn. Sorry. Sorry. Shit. Leute, ich habe jetzt mein Hesse dran. Kevin, hallo, Leute, hört ihr mich? Kevin hat mir zweimal den Kegelklaut. Zweimal. Shit, aber... Ja, Teamplay, Teamplay. Nein. Sorry, aber die nächsten Kills, die nächsten Kills machst du auf jeden Fall. Boah, ich hätte jetzt... Sagen wir mal, die Kills sind für uns beide. Ja, das waren beide Kills. Also das war aber größtenteils beides dir. Beides von dir. Ich habe halt nur den letzten Hintermal gegeben. Alter, ich habe den, ich habe den... Ich gucke mich immer um. Und dann habe ich den gerade gesehen, weil es war klar, wenn wir in der Mitte... Ja. Hast du schon alles genutet? Ich konnte nicht ganz. Nein, hier. Hol Fische und alles mit, Kekse alles mitnehmen. Ja, hier ist ein Karotten und Kartoffeln und Steak. Ich hole mir die Steaks. Okay, ich hole... Die Spitzhacke kannst du drin lassen. Ja, dann komm. Sieht's. Hast du Holz, alles? Ja, ich habe... Ich habe... Warte, ich verarbeite kurz. Nee, nee, beeil dich. Okay, ich komme. Folgt mir. Ja. Oh, lecker. Oh, Mann. Ich weiß, wo die Leute sind. Komm mal mit. Aber jetzt nicht auf jeden drauf gehen. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwo verstecken gehen. Komm her, hier. Nee, jetzt nicht in die Höhlen überall reingehen. So, komm. Nee, nicht... Komm, wir gehen uns jetzt erstmal aufbauen, lieber. Ja, wir bauen uns doch jetzt auf. Komm. Ja, aber wenn hier doch die anderen sind. Das ist doch dumm, dann. Wir sind doch keine. Da waren wir. Das war unsere Richtung. Und in unsere Richtung ist keiner dran. Siehst du, hier. Ach so, ja, Achtung. Gibst du mir eine Spitzjacke, bitte? Ja, warte. Ich gucke, ob ich noch eine habe. Warte, ich kann hier eine machen. Äh... Ich mache gerade eine. Ich bin aufgeregt gerade. Ich fühle mich gerade richtig gut. Hier. Zwei Leute sind wegen mir schon draufgegangen jetzt. Ja. Also, wir haben ein Team ausgelöscht. Ja, war das ein Team? Ich habe gesagt, hier renne ich direkt am Spawn wohl mir alles und versuche sie selbst zu töten. Immer sneaken, gell? Immer sneaken. Hier ist Kohle. Mach dir mal ein Steinschwert schnell. Ja. Ich mache zwei, okay? Ja, mach zwei. Und ich mache einen Ofen. Okay. Steinschwert. Hinmachen. Hier ist Eisen, hier ist Eisen. Ich habe Eisen. Ja gut, bau ab. Bau ab. Siehst du, wo ich bin? Ich bin hier ein bisschen weiter unter die Höhe gegangen. Nee, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Rede ich zu schnell? Ich weiß es nicht, weil ich bin so ein bisschen aufgeregt. Wo bist du denn hingegangen? Bist du nochmal zurückgegangen? Ja, ich bin hier an der... Nein, nein, nein. Bleib stehen, bleib stehen. Achso, da hinten. Okay, ja, ich komme. Ja, siehst du mich? Ja. Geh einfach da durch den Gang weiter. Kommst du mir hol einfach alles mit? Ich hoffe, man kann den... Mein Teamkollegen Speedfighter kann man hoffentlich hören. Fast Turtle, nämlich so, Mann. Ja, aber hier bist du Speedfighter. Ja, sorry, ich habe falsche Account. PvP-Lang, die kommen jetzt an. Und ich hole noch Kohle. Ja, bis später. Da unten. Da unten ist noch nicht Eisen, dann können wir schneller fahren. Bessere Taktik. Ja, bisschen Kohle muss immer rein. Sicherst du. Ja, ich habe auch Kohle bei Elf. Da unten gibt es nämlich Wasser und so. Ja. Achtung, Achtung. Schön aufpassen. Schön Skelett. Ich weiß auch. Ich passe auch von hinten. Machst du schon mal in den Ofen? Ich habe Ofen gemacht. Gut, dann platz hier. Ah, man sieht das nicht. Das spiegelt bei mir alles so. Naja. Oh, Alter. Das spiegelt übelst bei mir. Naja. Sag einfach, Sie sollen bei mir schauen. Dann einfach fertig. Ja, aber ich hoffe, so normal geht das hoffentlich für euch. Ich hoffe, ich rede jetzt auch nicht zu laut. Ich glaube, ich war ein bisschen überschreit. Meine Aufnahme bin ich ein bisschen überschreit. Weil dich hört man ja fast gar nicht. Okay, was ist da jetzt drin? Eisen. Oh, das bist du, Alter. Das ist Eisen. Alter. Ich hätte gerade gedacht, das wäre ein Gegner. Platz hier mal Crafting Bench und gib mir dann mal zwei Sticks. Hier. Dürf einfach hin, ich hole mir. Hier. Sticks. Skelett. Geh weg. Ich töte es, ich töte es. Ich habe es getötet. Ist einer gestorben? Nee, ich war. Ich habe einen getötet. Er hat sich zu uns teleportiert. Er ruft. Was? Das ist gut so. Ähm. Ich mache... Aufpassen. Ja. Ich habe mir ein Schwert gemacht, falls jemand kommt. Ach so, ja. Ich baue noch ein bisschen Kohle ab. Ja, ich meine nicht Kohle, ich meine Stein. Stein für den Ofen. Danach macht ihr mal aus dem Eisen eine Rüstung. Ich muss erstmal hier den Ofen platzieren. Ich brate mal das Essen, was wir haben. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle. Ja, warte. Wir müssen jetzt mal das Essen erstmal braten, was wir haben und alles. Ich sag ja, ich bin ja nur kurz weggegangen. Soll ich mir auch ein Eisenschwert machen? Sneak mal nicht. Ah, gut, bleib da. Soll ich mir eine Eisenspitzhacke machen? Ah, ich habe schon eine. Ich habe eine gegeben. Ah, du hast mir eine, okay. Ich habe eine gegeben. Ja, 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 ich habe es gesehen. Weil ich mir ein Schwert gemacht habe. Okay. GG wegen Anfang, Kevin, an dich, GG. Ja, das war ein bisschen gesteilt, aber... Komm mal her, ich habe Essen. Nee, das gehört ja dazu. Ja, aber wirklich, bei dem Letzten hättest du es nicht holen müssen. Ja, aber ich... Okay, okay. Wo bist du? Hier ist Gold. Bist du bei mir? Ich komme gleich. Keine Angst. Ich brate hier Essen, ja? Ja, mach mal noch einen Ofen. Regeln. Ja, ich habe zwei Öfen schon gemacht. Okay. Ich glaube, die Regeln kann ich wegwerfen. Ich brauche... So ein Regelbuch behalte ich, aber... ... ... Okay, dann müssen wir gleich 13 Minuten. Okay, was hast du an Essen? Wir haben ja auch noch zu. Was hast du an Essen? Steaks, 12 Steaks, also geht. 12 Steaks. Okay, komm mal her. Wenn wir am Anfang direkt so viele Leute hingehen, müssen wir jetzt ganz viel abbauen, Leute. Komm mal her. Ja, Kevin. Ich geb dir Essen. Ja, Kevin, komm, drauf schnell ab, einfach nur die Materialien. Wir müssen sie ja jetzt nicht braten, weil die Folge ist sowieso gleich vorbei. Ja, okay. Okay. Weil nach uns ist sowieso jemand in der Höhe, weil das die Anfangsherre. Ich komm zu dir. Creeper. Creeper war da oben. Geh zurück, geh zurück. Nee, nee, ich komm, ich komm. Ja, wo bist du? Nee, geh zurück. Ich hab alle Sachen mitgenommen, gell? Okay. Ich komm wieder hoch. Ja, ich war auch hier unten, gell? Nein. Ich hab alles. Ich hab 29, du. Du warst 29. Also. Ja, ich hab gar nichts. Ich hab ja gerade nur das Essen gebraten und versucht, dich zu suchen. Ja, ich bin doch gerade da lang gegangen. Gut. Ja, da war ich doch vorhin. Da ist ein Creeper. Ja, ich hab's gesehen. Der macht nix, hoffen wir es. Der kommt, der kommt, der kommt. Ja, ich töte ihn, ich töte ihn. Oh! Lass ihn explodieren. Wie viel Schaden? Halbes Herz nur. Nicht wichtig. Ich dachte gerade, du hättest mir auch ein halbes Herz. Nee, ich hab nur ein halbes Herz verloren. Hast du Wasser? Achtung, hier ist lauert, hier ist lauert. Nee, ich hab kein Wasser. Das ist lauert. Ich hab noch drei Eisen. Ich kann einen Eimer machen. Soll ich Eimer machen? Ja. Ja, fuck, das spiegelt voll bei mir. Ich hoffe echt, dass sonst nach und zu viel keiner in die Höhle geht, weil das ist schon richtig billig. Okay, hier ist noch Eisen. Okay, dann ist die erste Folge jetzt rum. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao. Ja.